Oh, der Patron persönlich. Guten Abend, Herr Kommissar. Darf ich Ihnen meine beiden ausländischen Kollegen vorstellen? Das ist Kommissar Rianti. Oh, Kommissar. Und das ist Kommissar Dr. Müller, mein deutscher Kollege. Sehr angenehm. Ich habe Herrn Dr. Müller versprochen, mich dafür einzusetzen, dass Sie ihm Ihr berühmtes Kartoffelsoufflet-Rezept verraten. Das wäre sehr liebenswürdig. Pardon, aber das ist ein Berufsgeheimnis. Das kann ich nicht so gut. Nur für den Privatgeber auch verstehen. Na gut, dann werde ich mal eine Ausnahme machen, aber nur weil Sie es sind. Also, passen Sie auf. Sie nehmen ein reichliches Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Das kommt ganz drauf an. Für sechs Personen normale Esser oder auch nur für eine Person von dem Umfang, etwa so. Also, man nehme ein reichliches Kilogramm Kartoffeln, einen Liter Milch, drei Landeier, 69 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Mitgekommen, Herr Dr. Müller. Ich wiederhole, ein reichliches Kilogramm Kartoffeln, einen Liter Milch, drei Landeier, 69 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signori Ganti, Herr Kommissar. Haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Sie gehen doch nicht etwa fremd, nicht mal die Speisen. Sie meinten, dass Sie sie...